So, hallo! In dem heutigen Video geht es um das, was in der Haustruhe drinnen ist. Ich habe jetzt alle Hausmarken, also bis auf eine, das ist jetzt die letzte. Eine fällt mir noch, dann habe ich wirklich alle. So, jetzt haben wir alle Hausmarken. Jetzt haben wir alle 16 Stück zu deiner Haustruhe zurückkehren und Marken hineinlegen. Das machen wir jetzt. Der Partner sieht zum Gemeinschaftsraum von Sliverin, weil ich bin ja Sliverin. Da habe ich es nicht so weit. Bin gespannt, was da drinnen ist. So, da sind wir. Ein paar Münzen habe ich eh schon eine da. Jetzt tue ich die restlichen eine. Und, was gehen wir? Was haben wir gekriegt? Na, sieh mal an! Sliverin Hausuniform, Relikt. Okay, das muss jetzt bei Mäntel und Umhänge drinnen sein. Sliverin Hausuniform, Relikt. Wie schaut das aus? Ja, das ist sogar der Schlang hinten am Umhang. Das schaut eh cool aus. Das kann man schon lassen, so. Das kann man schon lassen. Das ist das, was mir halt von Sliverin gehört. Wie es bei den anderen schaut, kann ich euch nicht sagen.